Da sind diese kleinen Tücheln, sind sie Otter oder sowas. Wittertiere. Wo sind sie denn? Die leben also in diesen Löchern. Sehr interessant. Das ist eine große Herausforderung. 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 Die Leute sind in den Löchern. Die Leute sind in den Löchern. Jetzt kommen die nicht mehr hier raus. Ach, da sind sie. Mit Gehuscht. Hallo. Tja, kann man denen irgendwie helfen? Tja, tja, tja. Hallo. Hier. Hier. Pst, pst, pst. Pst, pst, pst. Pst, pst, pst. Pst, pst, pst. Die kleine Autie. Geht mal ein Ankericht durch. Geht mal in die andere Richtung. Geht mal in die andere Richtung. audiobook Ich streche gleiche warte. Geht mal in die Richtung, durch deine Richtung. Geht mal an die Richtung. Geht mal hier. Warte mal ein. So, wir gucken was er hier macht, der Kollege, der schon da rauskommt, der meine Hilfe da schon gefunden hat. Na komm. Checkst du es? Checkt er irgendwie nicht, dass er da hochklettern kann. Hätte ein bisschen blöd zu sein. Also. Vielen Dank. Leute, was ist denn los? Guck doch mal. Bleiben. Hallo. Komm. Kannst du hochklettern? Ja. Na gut. Da muss er halt selber so sehen, wenn er wieder rauskommt. Ja. 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 Wenn ich den greife, dann beißt der mich bestimmt. Ja. 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 Wenn die irgendwie zusammen bleiben. Auch interessant hier, das Feld. Auch schön. Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen crazy Videoschnitt oder Videogrucke und gezucke, weil ich da nicht so richtig aufs Bild geachtet habe, sondern mehr so auf diese kleinen Tierchen. Diese Wiesel oder was das sind. Wasser, Ratten, Diesel, Wiesel. Ja, hier sieht man nochmal den schönen Reis, den man noch nicht so kennt. Ja, jetzt ist das Ding abgehauen. Ja. Die Mama sucht das jetzt, das Tierchen. Scheiße. Vielleicht tue ich doch nochmal dieses Ding. Dann ist sie dann so blöd und nutzt das nicht. Wird doch extra das Fenster hingeschossen. Besser, besser. Was ist das? Guck mal, wir haben hier was. Hier gibt's was, wo wollt ihr denn eigentlich hin, auf welche Seite? Auf die Seite? Guck hier so. So, probier das mal aus. Hier ist der kleine Racker, der sitzt da ganz schüchtern. Geh mal weg, damit sie sich wieder hin traut. Guck mal, was passiert. Das sieht irgendwie ein bisschen steil aus. Guck mal, was passiert. 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 Das ist eine Seite zu sein, die anderen. Was ist denn? Das ist irgendwie flacher. Die Kante ist höher. Äh, niedriger. Ist das so irgendwelche Frosche oder was? Das weiß ich. Dieser kleine Zwerg. Könnte ich auch nicht so sein. Diese kleine Wiesen. Hm. Hier könnte man ja als Wiese entspannt hochklettern. Der Ding ist vielleicht auf die falsche Seite. Ah. Keine Ahnung, wo der jetzt abgeblieben ist. Das ist nicht mehr zu sehen. Die werden sich überall verstecken. Das war's. 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 Kein Wiesel zu sehen. Das war's. 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 Da muss die Mama wohl nochmal auf die Suche gehen. Ich guck mal, dass sie das andere Ding schon rausgezogen. Und das andere Tierchen. Hm 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 hm. So, jetzt ist er voll net dunkel. Und hat meine Konstruktion schon Wirkung gezeigt. Wahrscheinlich nicht mehr da zu sein. Jetzt sind wir anscheinend schon rausgezogen. Na gut. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Okay, ich mach dann mal Schluss. Tschüssi. Oh, lass ich noch die Kostüme weg. 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 Oh, lass ich noch die Kostüme weg.